Viele Leute, es gibt schon das Bike, es gibt schon Leute und gute Organisation. Ja, der Juli hat mal gesagt, sein Motto beim Custom Bike Building ist einfach nur Customizing muss begeistern. Und da hat er wieder was gebaut, was wirklich begeistert. Und ich habe dich am Freitag gefragt, was...